Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin die Silke und rechts von mir der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Den Kanal verlinke ich auch oben in den Infokarten. Wir wollen euch zum Arnold Ehret Potluck einladen. Der findet wann statt, Henry? Der Potluck findet am 22.08. statt um 12 Uhr. Und er findet auch dort statt, wo jedes Mal der Leipziger Rohkostpotluck stattfindet. Und den Ort werden wir euch auch unter dem Video verlinken. Genau, das ist der Agrarpark. Der befindet sich südlich von Leipzig, also zwischen Leipzig und Markleberg. Und wer schon mal in den letzten Jahren beim Leipziger Rohkostpotluck war, der weiß genau, wo der Ort ist. Das ist ein großer Spielplatz, kinderreich und ist auch relativ leicht zu finden. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wo ich beschreibe, wie man zu diesem Platz kommen kann. Das werde ich jetzt auch mal oben in den Infokarten verlinken, beziehungsweise werde ich das Video auch nochmal unter diesem Video verlinken, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich setze auch meine E-Mail-Adresse unter dieses Video. Da könnt ihr mich auch gerne nochmal anschreiben, wenn ihr noch genauere Beschreibungen zu diesem Ort haben möchtet. Henry hat ja schon erwähnt, oder ich habe es auch schon erwähnt, diese Rohkostpotlucks, die wir seit über fünf Jahren veranstalten. Also der Samuel vom Roar Spirit, heißt immer noch Roar Spirit, der Kanal. Also ist er auf alle Fälle auch ein YouTuber und wir haben im Frühjahr 2015 begonnen, regelmäßig monatlich Rohkostpotlucks zu veranstalten. Und da ist auch immer ein sehr reichhaltiges Buffet. Also es gibt auch ganz viele Videos, wo wir das eben zeigen. Und ich persönlich bin dann schon nach einer Weile ausgestiegen, weil man das immer zu reichhaltig, zu stark vermischt war. Und wir wollen wirklich bei diesem An- und Ehre-Potluck den Fokus auf einfache Kost legen, also auf Rohkost, auf einfache Rohkost. Und wir wünschen uns, dass ihr einfach natürliche Lebensmittel mitbringt, Gemüse, Früchte, auch Salate, Salatblätter, die könnt ihr ja schon vorher wegen mir waschen, dann Kräuter, selbstgezogene Sprossen, Nüsse, Trockenfrüchte, also eine ganz, ganz einfache Kost, dass wir so die Vielfalt an einfacher Rohkost genießen können. Was ich schön finden würde, dass halt, ja, die Qualität, weil die Qualität der Nahrungsmittel, das hat einen großen Einfluss auf uns. Und umso besser die angebaut sind, umso energetischer wirkt das auch auf uns selber. Und umso energetischer kann dann auch eben, oder wird dann auch eben der Tag stattfinden. Und das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Und ja, genau. Also ihr müsst nicht zubereiten, nichts dürren, nichts mixen, ganz einfache Rohkost. Also nochmal kurz, wenn jetzt jemand zuschaut, der noch nie irgendwas von schleimfreier Heilkost oder anderen Ehret gehört hat und einfach interessehalber hier auf dieses Video geklickt hat. Also es gibt auf meinem Blog auch zwei Blogartikel, die hat der Henry geschrieben. So die Liste der schleimfreien Lebensmittel und die Liste der schleimbildenden Lebensmittel. Die beiden Listen werde ich auch unter diesem Video verlinken. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, das kann ich auch nochmal oben verlinken. Also für die, die sich eher lieber ein Video schauen wollen, gibt es das Video. Und für die, die eher Texte lesen, gibt es dann einfach die beiden Blogartikel. Da könnt ihr schon mal drüber schauen, was ist denn eigentlich die schleimfreie Heilkost. Und Arnold Ehret, der Begründer der schleimfreien Heilkost, der hat vor über 100 Jahren gewirkt. Und er ging davon aus, dass es Lebensmittel gibt, die in unserem Inneren des Körpers Schleim bilden. Und da gehören zum Beispiel auch viele tierische Produkte dazu oder Getreide oder eben auch die Industriekost, Fertigprodukte vor allem. Und Henry hat das auch immer wieder erwähnt, beziehungsweise auch in den Listen geschrieben. Es ist auch ganz wichtig, nicht sofort von einer konventionellen oder auch in einer veganen Ernährung in die schleimfreie Heilkost einzusteigen. Es ist auch wichtig, immer Lebensmittel mitzuintegrieren, die schleimbildend sind. Und das haben wir auch schon in einigen Videos erklärt. Und das werdet ihr auch in den beiden Listen der schleimbildenden und der schleimfreien Lebensmittel auch nochmal nachlesen könnt. Deswegen ist es auch wirklich in Ordnung, wenn ihr zum Pottlack auch zum Beispiel Avocados mitbringt, die zum Beispiel auch schleimbildend sind. Oder Nüsse, die schleimbildend sind. Oder auch gekeimte Hülsenfrüchte, die leicht schleimbildend sind. Und wir können bei diesem Pottlack gerne auch nochmal ein bisschen auf Fragen eingehen. Vielleicht auch, wie man was günstig kombiniert oder welche Lebensmittel man integrieren könnte. Wenn man diesen Weg der schleimfreien Heilkost gehen möchte. Also zu diesem Pottlack sind auch Interessierte eingeladen. Jetzt nicht nur Menschen, die das schon praktizieren, sondern wirklich auch Menschen, die einfach da mal reinschnuppern wollen. Die sich auch mal austauschen wollen. Es gibt kostenfreie Schriften von An- und Ehret in PDF-Form. Die findet ihr zum Beispiel auf meiner Webseite. Die seht ihr hier. Da gibt es im Menü den Punkt Downloads. Da geht ihr einfach drauf. Und dann seht ihr hier die kostenfreien PDFs. Da gibt es die schleimfreie Heilkost. Vom Kranken zum gesunden Menschen. Und dann einige Fastenbriefe. Also Fastenlehre. Teil 1 kranke Menschen. Dann Teil 2 Lebensfragen. Teil 3 Lehr- und Fastenbrief. Teil 4 Verjüngung auf natürlichem Wege. Und Teil 5 Fastenkunst und Eretismus. Also die könnt ihr euch direkt herunterladen. Ihr findet den Link zu meiner Seite unter diesem Video. Beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Wer bei Facebook angemeldet ist, hat auch die Möglichkeit, sich unserer Gruppe An- und Ehret die schleimfreie Heilkost anzuschließen. Ihr findet auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar, den Link. Wer richtige Bücher bevorzugt, statt PDF, die man eben digital liest, dann kann ich euch diese beiden Bücher empfehlen. Gesunde Menschen Band 1 und Band 2. Darin findet ihr alle Schriften von An- und Ehret aus dem deutschsprachigen und dem englischsprachigen Raum. Also die englischen Artikel wurden dann ins Deutsche übersetzt. Ihr findet auch die Links zu diesen beiden Büchern unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Wer gern Hörbücher hört, so wie ich, für den ist dieses Video sehr gut geeignet. Hier wird das Buch von An- und Ehret die schleimfreie Heilkost vorgelesen. Ihr findet den Link zu diesem Video unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und ich werde es auch nochmal oben rechts in den Infokarten verlinken. Ja, ihr Lieben, der Tag soll einfach ein schönes Beisammensein sein, unter Mitmenschen. So einfach ein schöner Tag werden. Und auch im Sinne natürlich dieses genialen Erfinders der schreimfreien Heilkost. Und ich meine, körperlich wird er nicht mehr anwesend sein, aber definitiv energetisch. Und ja, wir finden es einfach schön, dass wir das dann an dem Tag dann einfach mal so für einen Tag aufleben lassen können. In Ehre an Arnold Ehret. Und dass wir alle einfach zusammen einen wundervollen Tag haben. Und ja, das ist das, was mir und ich denke mal, was uns auch am wichtigsten ist. Und ja, wir freuen uns auf euch alle. Und ja, freuen uns natürlich auf eine rege Teilnahme. Ja, der Herr hat es schon schön zusammengefasst. Und ihr findet alle Infos unter diesem Video. Wir werden auch, also für diejenigen, die bei Facebook sind, auch eine Facebook-Veranstaltung machen. Wo wir das dann nochmal kurz beschreiben. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, dann wünschen wir euch jetzt alles Gute für die nächste Zeit und alles Liebe. Und ja, wir freuen uns dann darauf, euch beim Podcast zu sehen. Oder dann hier natürlich wieder vielleicht mal irgendwann in einem weiteren Video. Ja, habt eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Sommer. Genießt die Zeit mit Familie und Freunden. Seid viel in der Natur. Und achtet auf echte Lebensmittel, was die Ernährung angeht. Echte Lebensmittel. Und achtet auf echte Lebensmittel. Und achtet auf echte Lebensmittel.